Sag mal, ich sponne hier immer neben Gegnern. Oh Mann, das macht überhaupt keinen Spaß. Nur wenn ich gewinne, macht es Spaß. Aber wenn ich es verliere, macht es keinen Spaß. Und momentan... Ja, das verliere ich. Oh Mann, die Unbesuchkacke. Oder UMBP, keine Ahnung, wie man die schreibt. Hast du die? So, ey, das Teil hat ja entschieden. Ach Mann. So, gaga. Ist ja so, gaga, ja alles. Und warum kann ich aus diesem Fahrzeug nicht schießen? Man konnte doch sonst nochmal hier drausschießen. Wir sind da fast. Ach, dieser Typ hat der PKP-Pench-Gang. Japsenwaffe. Das nervt mich. Fabi sagt ihm, dass er mich in Ruhe lassen soll. Oh Mann. So, gaga, hier auch, so gaga. Ich nehme jetzt mal eine Waffe, die ich nie genommen habe. Ne, jetzt mal so eine Munition-Vocé. Irgendwas muss an dem ja auch gut sein. Ähm... Ach, das hat doch keinen Sinn, Mann. Das sind nur so komische Pisser, so Camper-Noves. Hier, die sagt mir, der Townie Cryler 8. Der hat mich immer erschossen. So, unter Entfernung kann man doch keinen erschießen, Mann. So, jetzt reicht's mir. Wo ist sie? Da. Da ist sie. Irgendwie ziehe ich... Ach, das Ding fällt runter. Ich muss höher ziehen. Jetzt sagt mir das doch einer. So, das war jetzt auch die letzte Runde. Hallo? Hallo? Jetzt keiner, da war noch irgendwas, die da ist einer. Ha, ich hab ihn schon mal getroffen. Oh, es wird wieder meine Tür, klopft hier. Und denen hab ich den Headshot gegeben. Der kann gerade nicht. Wer eine Mama? Nein, meine Schwester. Du hast eine Schwester? Das weißt du schon, das hab ich schon mal gesagt. Stimmt. Wie alt ist die? Oh. Was, wir haben, wir haben null Tickets? Haben wir nicht verloren, wenn wir null Tickets haben? Ja, deswegen hört man ja auch diese, hört man auch diese, diese spannende Musik. Und mir gibt jemand im Sprung einen Kopfschuss. Lass zum Schluss, ich will nochmal Metro spinnen, jetzt zum Schluss. Nein, ich muss das offline gehen. Wat? Ey, wir haben jetzt 8 Minuten aufgenommen, das geht nicht, das ist noch keine ganze Folge. Doch, das ist eine ganze Folge mit den 2 Minuten von vorher. Was, von vorher? Letzter Runde. Na, die sind, die sind, das sind ja schon 2 Parts. Das heißt, die sind schon fertig. Da haben wir irgendwie 18 Minuten aufgenommen. 18 Minuten, dann machst du die 2, dann lass doch noch eine Runde, aber ich hab so Kopfschmerzenfahr, wie denk doch mal an mich. Dann nimm Aspirin. Ja, jetzt, okay, wir wechseln kurz den Server und, äh, bis gleich. Hallöchen und willkommen zu einem weiteren, oh, Battlefield 3 Together Multiplayer. Äh, diesmal mit dem, äh, Sebastian. Hi. Und bevor ich jetzt wieder hier alles voll laber und mein Together Partner wieder nichts zu Wort kommt, darf, ähm, er jetzt mal anfangen zu erklären, was wir hier spielen und, äh, darf seine Ausrüstung mal kurz sagen und vielleicht nur seinen YouTube-Kanal, weil dem wisst ich gerade selber nicht. Also, hi Leute, wir, ich, wir spielen hier Eroberung auf seine Überquerung. Ich hab den Versorgungssoldat am Start mit der M249 mit Mündungsdämpfer, ja. Und auf YouTube heiße ich Zocker 6048. Da musst du mir nochmal schreiben, ich gebe mir irgendwie. Ja, gebe ich den Namen. Ja, und das war es jetzt nicht alles. Ja, ähm, ansonsten nicht hier mit meiner super Standardausrüstung, die ich eigentlich immer verwende. Da ist da jemand, da ist, oh the fuck, what the fuck, what the fuck? Ja, ich hab den gar nicht gesehen, er hat um die Ecke geschossen. Ähm, ja, mit meiner, was ist das, M416 und, äh, als Versorger, ähm, ist vielleicht etwas monoton. Ihr könnt mir ja gerne mal unten reinschreiben, was ihr sonst so spielt oder was ihr mir empfehlt. Ja, und dann, äh, können wir mal weitersehen, ne? Und ich sehe gerade, wir sind hier hart am Failen, unser Team. Ja. Ja. Naja. Alter. Scheiß Saiga. Na gut, okay. Ja, ich hasse die auch. Also eigentlich, also wenn ich sie selber hätte, würde ich sie lieben, aber... Mhm. Gleich wie die Usas. Oh, jetzt hab ich die beiden vertauscht, ja. Die Säge hab ich ja schon. Ähm, ja. Ja. Legen wir mal mal ein Ziel fest, wo läufst du gerade hin? Wo bist du? Da bist du ja. Ich läuft ja. Ja, ja. Davon hat jemand. Oh, ich treffe. Ich, ich, liegt voll am Ziel, was ich getrunken habe hier. Ne, jetzt, jetzt treffe ich nicht mehr. Ach, ne, es ist er, der mich hier beschießt. Und ich find das hier irgendwie gerade ein bisschen laut. Warte mal, ich mach das hier mal hier ein bisschen leiser. So. Tada. Also mit dem, äh, Sebastian. Ach, hast du, kann ich dich Sepp nennen? Hast du einen Spitzner? Basti sonst. Achso, Basti. Gut, ist doch gut. Ähm, mit dem spiele ich zum ersten Mal. Wir haben... Wer schießt denn hier? Ach, der hinter mir. Äh, erschreckt mich nicht so. Wir spielen zum ersten Mal. Wir haben... Ne, gespielt haben wir schon mal eben mal, ne? Mhm. Aber da hab ich nicht aufgenommen. Ja. Und mir fällt auf, dass hier total viele Gegner mal ankommen. Mhm. Das liegt daran, weil wir keine Einsatzziele haben. Also hier ist irgendwie eine schöne Position, die ich gerade habe. Da war ein Gegner. Mann. Wird ihr öfter? Da ist eben ein Gegner von mir langgelaufen. Das kam total überraschend. Jetzt traue ich mich nicht mehr raus. Hilfe. Das ist irgendwo eine Granate? Ah, ich bin tot. Nein. Oh Gott. Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir nicht gewinnen werden, aber... Ja. Na ja. Ey, doch, wir haben sogar was eingenommen. Oh, ich jammer bei B. Da steht sogar unser Panzer. Okay. Ich jammer bei B. Panzer, Panzer, Panzer. Ist da noch was frei? Oh, das ist sogar noch frei. Cool. Äh, beim Panzer müsste ich demnächst diese Thermalpanzerung kriegen, glaube ich. Oder wie das da heißt. Ja. Ich habe da noch nichts zu spielen. Ich bin erst dran, 12. Was ist das denn? Der Leck da, Hilfe, von wo wären wir beschossen? Ich steck mal aus hier. Ich steck mal aus, Mensch. Nein. Ich habe die Tasten nicht gefunden. Oh Gott. Na gut. Hm. Ich wette, wir haben B gleich wieder verloren. Ja. Ja. Ja, ja. Na, soll ich da joinen? Ich weiß nicht, das blinkt so komisch. Heißt das, das wird gerade erobacht? Ja. Ähm. 2 zu 6. War vorhin zu stark. Ah. Ja, der hatte vorhin eine super KD, ich glaube 2714 oder sowas habe ich da mal gesehen. Also, ne? Achso, ja, da wollte ich auch noch mal kurz sagen. Ihr habt ja meine Spielweise unter einem der letzten Videos so freundlich kommentiert. Ähm, da steht nicht umsonst Let's Fail drüber. Das hätte ich euch von Anfang an sagen können, dass das hier nicht, äh... Oder, äh, dass ich hier nicht mit Oberskill spielen werde. Und da war da jemand, oder? Ich sehe vor lauter Push gar nichts. Ähm. Um mich jetzt einfach mal daraus zu reden, das ist wirklich mein erster Online-Ego-Shooter. Ich habe vorhin noch keinen gespielt. Und, ähm... Ja, also falls ihr hier... Was... Irgendwas spinnt hier gerade. Falls ihr hier irgendwie Skill oder so sehen wollt, dann seid ihr hier irgendwie falsch. Ja, dann einfach mal... Woanders vorbeischauen. Ähm... Ich spiele das einfach nur wegen Spaß und so, ne? Und nicht wegen großer Punkte. Ich glaube, ich sollte mal die Klasse wechseln. Naja, gut, egal. Das Panzer! Woo! Ich komme zu spät! Scheiße! Warum fährt er rückwärts? Oh, da ist schon voll! Warum? Habt ihr das gesehen? Da stand eben im Panzer 3 von 2 stecken da drin. Da sind mehr drin, als eigentlich rein können. Also, das ist auch gut. Oh! Alter! Also, irgendwas spinnt hier gerade. Ich lauf irgendwie immer da lang, wo ich nicht lang will. Mann! Hä, was spinnt hier gerade? Hallo! Hm. Ich glaube, von hier werde ich nicht so viele treffen. Zumindest nicht als Sturmsoldat. Naja, ich gebe mein Bestes, ne? Ist so ein Mitzchen. Ah, na? Ich sehe irgendwie keine Gegner. Ich auch nicht. Ich schieße sie einfach mal mit einem Granatwerfer auf. Nee. Oh, ich habe das Haus kaputt gemacht! Yay! Und da kommt ein feindlicher Panzer. Mann! Mann! Nein! Ich stecke fest! Ich stecke fest! Ich bin tot! Oh Gott! Ich habe den Kick genommen. Jetzt hast du mein Kick. Hä? Wie def? Ja, ich habe den Kick genommen, dass ich wiederbeleben kann. Ah, und da wechselt man gleich die ganze Klasse? Ah, okay. Okay. Bist mir neu. Aber gut. Nein, nicht nachladen. Mensch, du hast hier 100 Schuss. Ich habe das immer so die Angewohnheit, immer wenn ich eh mal... Ey, irgendwas spinnt hier gerade. Seht ihr das? Ich sage euch mal Bescheid, wenn hier was passiert, was ich eigentlich nicht mache. Jetzt zum Beispiel. Ich drücke nichts. Und der ist einmal nach rechts gelaufen. Der... Ich bin wieder. Der ist nach vorne. WTF? Lass mich in Ruhe. Er macht nicht das, was ich will. Ey, das ist ganz schlimm, gerade. Ich kann mich gar nicht... Ich kann mich gar nicht...